Herzlich Willkommen, Kapperträne, Kapperträne, ne, äh, heute fahren wir eine Runde Takao, ja, ja, ein schönes Schiff. Du klangst gerade wie ein Russe. Ich weiß, falscher Film, lass mich nicht sagen. Du, die, eine ist, äh, ist die, was ist die, Takao, ein, Atago? Atago, ja. Aber, das, ähm, was, was an dem Schiff, was besonders ist, ist so wirklich kein Premium-Schiff, so wirklich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Muss ich halt mal umschalten, will ich nicht, habe kein Zugriff. Hab, ich, einer hat es mir so erzählt, angeblich soll die Takao irgendwie kein halber Premium-Schiff sein, ich weiß es nicht. Für mich sind die ja nicht Premium-Schaffer. Ja, aber ich weiß nicht, wen das Ding umschaltet, dass das Ding als Premium-Schiff klasteriert ist. Oder nicht, weil einer hat mir erzählt, die, die, die Abschiffe sind keine Premium-Schiffe. Also bei mir werden sie halt das Premium-Schiff schon gemistet. Ja, also weil, im Grunde, das sind Miyokos. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel Takao ist, dass es auch so ist, so wie ich kann, ist mir ja auch egal. Im Grunde, was, was ist das Schöne an dem Schiff ist, die, die Torps. Wir sind schön mittig an dem Schiff. Außer bei, wo ist er? Miyoko. Miyoko, genau, da sind die Torps ein bisschen eher bescheiden gelegt. Die sind, äh, wo sind die denn? So, äh, da, die sind relativ weit hinten. Ach, da kommen auch noch Torps hin, bin ich so anscheinend. Und deswegen, diese Torps sind hinten verlagert. Im Grunde, diesen Radius hat man nur, und bei die nette Takao, habe ich auch, äh, habe im Grunde, die Torps sind schon mittig. Außer hier ist so ein Keil ist, kann man schön hier links und rechts schon abschmeißen. Das ist schön, und, mein Takao habe ich so geskillt. Sprengmeister ist, wenn wir meinen nächsten Skill, was wir, äh, arbeiten wir an, äh, hole. Ich könnte auch noch, äh, Sprengmeister, äh, nicht Sprengmeister, Atherin rauschen hoch. Oder, oder bei diesen wie Flakfeuer, also mal, äh, nicht mehr Flakfeuer, aber mal Flak, äh, verbessern. Aber ich lasse mich überraschen. So, ich will sagen, let's do it. Mhm. Nee, bei mir wird das normal als, äh, Schiff angezeigt. Nicht als Sprengmeister. Mhm. Sag, 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 das, äh, Dings, mein, äh, mein, äh, mein, äh, Diversions-Shit. Äh, Diversions-Äh, Symbol. Hm. Sind letztens bei manchen Sprengmeister, so. Ja, aber, ich glaube, die, wie ich da, Kau ist, ich glaube, so, ich glaube, kein Sprengmeister. Ich habe ja so eine Mod drin, also der Name, der ist auf jeden Fall goldend, weil sonst wer da weiß. Hm. Ich weiß, muss ich so umgeschalten, dazu habe ich leider keinen Bock. Und muss ich, muss ich meine Kapitän oder alle wieder, wenn er auch rausgeflogen, dann muss ich wieder reinpacken, habe ich keinen Bock. Ich weiß nicht, wo alle Kapitän und welche Schiffe alle noch waren. Okay. CV. Oh, ich fahr, ich weiß nicht, wenn ich richtig finde. Ja, aber bin Feichner, ja. Nun, komm schon, weil ich habe ja einen Nebel, da können sich die Notfalls einnebeln. Ja, ich habe ganz viel Nexfilm gehabt. Geil. Ah ja, Dings, ich habe den, äh, den, äh, Spursteer, äh, Kinofilm angeguckt. Welchen? Den letzten. Ah. Ja, der Cliffhanger fand ich ein bisschen komisch. Weiß, ich bin, die, äh, die Schwester Schiff von, ja, die, sag mal, die, äh, äh, WT10 und Dings gemacht. Ich will hier noch nicht zu viel Spoiler, aber müsst ihr das wirklich selbst angucken. Ich muss mal gucken, wenn ich den mir holen. Ja, äh, äh, deine, äh, diese Star Wars Serie da, du weißt, was ich meine. Weil man zu, äh, ähm, Rebell. Ja. Äh, seit dann gibt es von der deutschen, äh, gibt es ja langsam, äh, kommen jetzt die deutsche Version. Mhm. Gestern gibt es, äh, nee, seit Sonntag. Seit Sonntag gibt es, äh, die Folge 1. Mhm. Das wird nach und nach, guckst mal bei Burning Serious, guckst du bei Vivo. Mhm. Aber sei vorsichtig, ab und zu lädt sich bei Vivo auch mal irgendeine Webseite hoch, äh, die Klicks einfach weg. Einfach wegklicken. Aha. Du weißt, welche Seiten sind. Und Vivo fragt sich, äh, äh, das geht mir auch auf den Nerv, Vivo wird dich fragen, ob du ein Roboter bist oder ein Mensch. Es stellt dir dann eine, eine Frage. Zum Beispiel, äh, kriegst Bild vor der Nase und das ist wie Karo. Weil so kleine Karo, äh, Dinger dann da, äh, klickst dann einfach an, wo du Schilder siehst oder Fahrzeuge oder so ein Scheiß. Äh, du weißt es. Ja, wissen kannst. Ich bin instant offen, geil. Ähm... Ich bin nicht getroffen. Oh, ist das geil, mir den 15 Kilometern jetzt um Ares zu schießen. Du, ich bin auch jetzt offen. Aber lange nicht mehr, aber nicht mehr lange. Wollt mir jetzt eigentlich... Fuck, wir haben die, wir haben die ganzen Pulk hier. Ja. Wollt mir jetzt eigentlich Premium kaufen, aber es geht nicht. Ich brenne am Arsch hier. Haha. Hm. Aber ich bin zu. Boah. Du, ich habe relativ gut getan. Ich könnte eigentlich noch... ATAGO! AAAAAH! Noch näher ranfahren, aber ich lasse. Geil. Übrigens habe ich auch bei mir so einen Skimm drin, dass die ATAGO auch so aussieht wie du. Warum pushen die die nicht bei D? Hey, das sind nur drei Schiffe. Nix... Ähm... Jumexico, Chamhorst, Colorado. Warum pushen die die nicht bei D nicht? Keine Ahnung. Da haben sie Nagato, Baltimor, glaube ich, da noch, oder? Ja, Baltimor! Ach Gott, Leningrad. Hm. Alter Schwede. Was... Ich würde sagen, unser Leningrad ist... Was hat denn der von ein Schwein? Du, das ist das... Das ist das schnellste... Das ist das schnellste DD auch in diesem Spiel. Ich muss... Ich muss mich leider irgendwie einnebeln. Wenn ich wieder irgendwie was machen will. Oh, das Grundmübel fehlt leider die Reichweite. Oh, das muss mich nebeln. Alter, Leute. Push nach D. Los, ab da rein mit euch. Nicht davor stillen. Nicht so ein DD was, was hier rumstehen haben. Das ist ein blöde Benson. Ich hab's von Baltimor. Komm, ist nix zu dran. Da ist der DD. Hm. Aber wieder zu. Keine Chance. Was macht unser Funktional-Täger? Warum fährt er in der Mitte? Äh. Der liegt... Loh. Keine Ahnung. Der hat irgendwie haschig geraucht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht strassen lassen. Der hat nur was Schlechtes gekifft. Ja. Das ist... Das war ja auch. Irgend ein Schlechtes... Ah, da ist der DD. Kevin, bevor der Kinderkrieg. Ja, meine Geschütze drehen. Oh, dritter Schneller. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Doch. Nein, mal getroffen. Keine Ditturin. Alter, komm. Ey, ich hätte wenigstens mehr erwartet. Hä? Du hast... Hä, ich hatte bei den Geschützen noch nicht da ausgerichtet. Au, das ist ein Billy ausreden hier. Ja, unser CV geht drauf. Ach, ist das so ein Lapp, meh. Das ist bestimmt 100% ein beschissener Bot. Hm. In der Mitte ist auch die Balthyron auch noch. Hm, der ist tot. Ja, komm. Ich, ich, ich... Die Schamaus braucht Hilfe. Ich falle jetzt richtig zu Schamaus. Alter, ich kriege... Ich kriege ein Block auf die Zähne. Ich seh, den kann ich ja nicht mehr angucken auf diese Seite. Ja, die, 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 äh... Freddy fährt ja auch schon da hin. Mach's auch, ja. Ja, dafür... Dafür bin ich relativ schnell. Ich bin fast so schnell wie ein DD. Alter, was ist denn mit meinem Spiel wieder los? Ich hab nix, aber gar nix mehr. Und du bist irgendwie offen, kann das sein? Ja. Das steht jetzt einfach gar nicht. Da. Der DD, der hat sich gerade in der Insel auf. Jetzt kommt die scheisse Eier auf dem Neck oder das? Ha! Der hielt sich nicht auf. Geil. Auch nicht getroffen. Hm. Kommt, die, die ist sehr schlau. Ich würde jetzt auch, dass du einen Mentor fährst. Okay, die Tür... Oh, oh, NEIN, ich wusste... Oh, komm, schieß. der dd von mir ist schlau aber ich hab gleich wieder hydro und woher sind wir es am verstecken da ist er haha dd jetzt hat es sich ausgetarnt ich hab die tür mal zu dir hin schon mal rüber gedreht r sounds nana nana ja schlüs schüpp wo och Die Japaner machen schon relativ viel Schaden, ich habe jetzt selbst verschifft Alter Wie ist die Apse? Ja die Torps waren relativ lange schon sichtbar, hättest du schon viel RLG mit mir Ja die wurden jetzt so viel später bei mir aufgedankt irgendwie Ich hab die sofort gesehen Du bist glaube ich wo... Ja wo bist du denn? Du bist da Ja du bist von mir 10km entfernt Bei mir wollen die viel später auf 3, 1km vielleicht von mir entfernt Da kannst du nicht mehr auswählen wenn der Torps Das ist... Juhu Typ jetzt brennt Nice War schon zu spät, dass ich Die Hüthu hat zwar reingehauen aber die kam bei mir aber viel zu spät mit den Torps an ey Du musst dir gerade die Nagato helfen Und der Otter war klar Ich glaube die Nagato stirbt jetzt an den Benzen-Trops Wenn der gleich rüber zieht Ja ich versuche ihnen zu helfen ja deswegen Knäpp-Tropt Knäpp-Tropt Da sind sie da Oh 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 jetzt habe ich einen Torpidowerver kaputt gemacht Ja nur zu spät In alle Bahnen In alle Bahnen Huch Läuft BALTIMORE Was macht die denn jetzt? Warum gibt's hier keinen Stuhl überhaupt nicht? Keine Ahnung Wahrscheinlich ist die... Ich müsste es Sturm geben Ja die Tricksflieger Weiß gerade nicht was unseren BALTIMORE macht Versuchen wir nämlich die Läuft vor ihm die Flieger abzuschießen Oh Hoffentlich tut er mich jetzt mal weichen ignorieren Ja das wäre nicht schlecht Ja mal gucken Au LOL Die Benzen sind auch gerade hier Da wird sie nicht wenn ich den Tick getraut haben Oh Oder so vielleicht Ah ja Alles am Arsch Alles am Arsch Alles verschossen Ja Viel zu spät Oh Oh Meine Fresse ey Warum kriege ich hier immer so ein Pech jedes Mal? Oh Meine Fresse ey Warum kriege ich hier immer so ein Pech jedes Mal? Ach Äh Dann war das schon entschieden, dass der... Warum Dero in die Mitte gefahren ist? Du ich habe keine Ahnung, das muss ein Bot gewesen sein Deswegen habe ich ihn nur reportet Kannst du sagen was du willst, das muss ein Bot sein Definitiv Na komm Du 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 Ist rausgegangen? Äh ich habe jetzt mal ganz ruhig in den Häuschen reingesucht Hm Hm Du und so... Und so welche Leute, ey Kriegen immer so ein Schätzchen als Schiff Hm Hm Alter Das waren so glaube ich gleiche Schiffstypen Ach Ist das... Ist das bitter ey Aber richtig bitter Naja Naja Ich... Ich wende mal... Mal die Folge für die... Für die ähm Ach Nicht heulen Du das ist traurig Für die Scheißspiel gibt es echt... Teils Leute die machen sich einen Scheiß-Bot Und tun sich einen Zehner sich oder spielen Mhm Ich denke mal der hat nun... Der ist bestimmt das ganze Team ist der Letzter Alter ich meine eine Runde mit... Äh mit die Shukaku Alter ich hab fast 180.000 Schaden gemacht Ja Das ist so ein Idiot Naja ich werde mal die Folge Bis das nächste Mal Tschüss.